Opa, das ist ja fantastisch! Ich hab mir schon gedacht, dass es dir Spaß macht. Und wie! Deine alte Laute, kennst du sie noch? Die ist immer noch da. Weißt du noch, wie du früher darauf geklimpert hast? Jetzt gar nie ans Brünnel, der trinkt aber nicht. Na, wie wär's? Jetzt gar nie ans Brünnel, der trinkt aber nicht. Jetzt gar nie ans Brünnel, der trinkt aber nicht. Oh, großartig! Das ist ja Papa! Ja, das ist eine der letzten Aufnahmen, die kurz vor dem Ungl gemacht worden sind. Na, nun wollen wir es weiter umsehen gehen, ja? Komm!